Die friesische Marktgilde hatte von Donnerstagabend bis Ostermontag am Deich in Dangast ihre Zelte aufgeschlagen und zu einem mittelalterlichen Frühlingsmarkt eingeladen. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene wurde einiges geboten. Neben Musik und Vorführungen gab es eine mittelalterliche Budenstadt, in der es Handwerkskunst aus dem Mittelalter zu kaufen gab, farbenfrohe Filzarbeiten, Seifen, Leder und Holzarbeiten, Getöpfertes sowie Stände mit mittelalterlicher Kluft. Fürs leibliche Wohl sorgten Futterstände und Tavernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017